Musik Beim Entstehungsprozess von meinem Debütalbum war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich nicht nur zufällig zusammengestellte Songs von mir aneinanderreihen möchte, sondern eine zusammenhängende Geschichte erzählen will, dramaturgisch auch wirklich einen großen Boden ergeben soll. Ein großer Faktor davon ist das sogenannte Yearning-Motiv, was sich als roter Faden durch das ganze Album zieht und immer wieder in verschiedensten Variationen erklingt. Musik 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 Das Gesamtergebnis hat meine Erwartungen echt übertroffen, wozu dieses großartige, hochkarätige Team beigetragen hat und ja, ich glaube ich kann zufrieden sagen, dass ich wirklich stolz auf dieses Album bin. Musik 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 Musik